Hallo, mein Name ist Torch, ich bin bei Viva zu Gast und das soll man ja noch in 300 Jahren sehen und deswegen wollte ich mich ein bisschen verewigen hier, das geht ungefähr so, schwuppdiwupp sieht gut aus, hält ein Leben lang, wenn es keiner weg macht und Viva hat auch ein bisschen Hip-Hop abbekommen, das ist ja auch nichts Schlechtes, tut Viva ja nicht unbedingt schlecht, oder?